Boah, da, 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 da! An welchem Spieltag spielten wir in der letzten Saison in Augsburg? 16 oder? Ich habe auch den. Ja, ja, ja. Oder? Ja, der, 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 der. Am letzten Spieltag der Hinderung. Das war der? Ja, wenn wir 34, äh, äh, ja. Dann 17. Genau, richtig, 17. In welcher Minute fiel das letzte Tor im letzten Heimspiel gegen Augsburg? Fast die 88. Die 89. Die 89. Die 3. A. Das B. Die 89. Merde. Putain de Merde. Wer schoss beim legendären 8 zu 1 das vierte Tor für die Wölfe? War es Wout, Daniel oder Elvis? Das vierte Tor. Wout, Daniel oder Elvis? Wout. Können Sie, äh, das. Aber nicht Paavo Pervan gesagt. Ich bin Paavo Pervan. Ich bin Paavo Pervan. Ja, du. Und Werther für Augsburg? War es Greguritsch, Richter oder Schieber? Paavo Pervan. Schieber. Ich muss wissen, der. Ja, 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 musst du, musst du. Was bekommt der gegnerische Kapitän in Augsburg anstatt eines Wimpels? Eine Puppe, ein Spielzeugauto oder eine Holzlökomotive? Wie kann ich das wissen? Eine Puppe. Du guckst mich an, du bist traurig für mich, aber wie kann ich das wissen? Er guckt mich an, ich habe ein bisschen. Der Kapitän, da kriegst du doch eigentlich immer so einen Wimpel und da hast du dann eine Puppe. Ja, ich wusste nicht. Also ich bin fokussiert, ich gucke die Schöne auf die Tricots. Ich bin auf der Bank und kann das auch nicht machen. Nein, nein, nein. Welche Farbe hatten die Trikots des FCA im Hinspiel der letzten Saison? Papuaupern. Weiß. Richtig. Wir grün, so wie in München. In welcher Saison nahm Augsburg an der UEFA Europa League teil? A noch nie, B 2015-2016 oder C 2012-2013? Ich bin hier in München, in München und in München sicher. In München und in München? Ja. Was hast du noch gesagt? Ja. Richtig. Ich weiß. Was ist es das eine Orgelновkstehung. Almost. Bis zum nächsten Mal.